Hey Leute, das ist ganz Höram. Willkommen bei WTN Germany. Kreuzfahrtschiff rammt Teil eines Eisbergs und fährt weiter. In der Nähe des Hubbad Gletschers in Alaska ist ein Kreuzfahrtschiff mit einem Eisbrocken zusammengestoßen. Das Schiff dürfte langsam zu seinem Heimathafen nach Seattle fahren und wird nun dort repariert. Das Kreuzfahrtschiff Norwegian Sun ist am Samstag in der Nähe des Hubbad Gletschers in Alaska gegen ein Stück eines Eisbergs gefahren. Laut der US-Küstenwache wurde es durch den Aufprall am Steuerbordbock beschädigt, wie CNN meldet. Taucher begutachteten das Schiff und stellten fest, dass es noch seetüchtig war. Es konnte mit geringerer Geschwindigkeit weiter in seinen Heimathafen nach Seattle fahren, wo es nun repariert werden soll. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß offenbar niemand. Eine Familie aus Newerda, die an Bord war, sagt, der Aufprall habe sich wie das Zuschlagen einer Tür angehört. Benjamin Talbot war mit seiner Familie unterwegs, als sein Bruder etwas im Wasser bemerkte und ihn aufforderte, sein Handy herauszuholen. Talbot nahm auf, wie das Kreuzfahrtschiff auf den großen Eisberg aufschlug. Plötzlich schüttelte sich das ganze Schiff. Und ich dachte mir, was ist denn hier los? Und dann musste ich mit der Aufnahme beginnen und ich schaute auf die Vorderseite des Schiffes und alles, was ich sah, war dieser. Eisberg. Und ich dachte, oh mein Gott, wir haben einen Eisberg gerammt, sagte er. Hey guys, this is Gansham. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you. Thank you.